Der Vierbeiner Harlow hatte eigentlich ein erfülltes und schönes Leben, doch manchmal passieren Dinge, die uns aus der Bahn werfen. Als sein Hundefreund plötzlich einschläft und nicht wieder die Augen öffnet, bricht für ihn eine Welt zusammen. Der perfekte Beweis dafür, dass Hunde nicht emotionslos oder gar dumm sind. Sie fühlen wie wir Menschen, vielleicht sogar noch etwas inniger. Über Wochen hinweg fraß er weniger, schlaf übermäßig viel und wollte sich einfach nicht bewegen, geschweige denn lachen. Das sah auch sein Herrchen und entschloss sich etwas zu ändern. Kurz darauf bekam er Gesellschaft von zwei neuen Vierbeinern, die sich schnell zur Aufgabe gemacht haben Harlow zu trösten. Sie schafften es tatsächlich und nach wenigen Wochen hat er die beiden so sehr in sein Herz geschlossen, dass er seinen normalen Hundealltag wieder aufnehmen konnte. Rührende Aufnahmen, die bewegen da nicht sein könnten. RUSTIGE Vielen Dank.